how's going guys okay ich habe etwas erlebt was ich hätte nicht erleben wollen aber wenn man sogar technik wenn sogar technik begeisterte in der familie sind und ja ich ja okay das muss ich eben fast passen machen bevor ich apple nachdem also so lange ich das noch nicht gefixt habe ausgehört das war halt wieder eine geschichte die so hätte nicht vorkommen sollen er werde wurde er von uns verlegt und nicht von dem ding davon also lange schlange ich möchte auf jeden fall eine wenn ich entscheide wieder eine wieder eine soul trap und entscheidend muss ich früh anfangen ja ist vorbei jetzt wunderbar ja ja ich hatte den nicht dauert wichtig doch ein wenig ist doch gleich aus ja schenkt ja ja wenn ihr noch ein wenig bootie shakes dann Warte, werde ich abkauen, Plague, Spiel, Sparrow, okay, oh, die Goldene Klaube und Affordlinge Wingsetzt. Das war jetzt ein Restless-Torger. Ja, die Physik sehen scheiße aus. Das war beim Normalskern immer besser. Okay. Schon wieder. Ja, die Stamina. Sneak. Oh, Sneak habe ich schon. Die kann ich nochmal? Ja, dann machen wir gleich nochmal. Das war sehr schlau. Das haben wir jetzt problemlos geschafft. Wir sind dann gleich schon fertig, würde ich sagen. Mit dieser äußerst geilen Höhle. Blackfields, wie heißt es, Blackfleekfalls-Temple. Ach, keine Ahnung. Wir brauchen Kohle, das brauche ich nicht. Das geht für Fireball. Das geht für Fireball. das heißt, hierbei um die Schauer-Temple definitiv. Aber das bringt mir doch eigentlich gar nichts. ach verdammt verdammt Also Bleak for Sanction Also bei aller Liebe, ich finde bei der Special Edition eigentlich, bei der Anniversary Edition eigentlich nichts besser als beim normalen Skyrim Ja, da ist ein wenig mehr dabei, also mehr Optimierung und Zeug und bla, aber auch eigentlich gar nicht Ich meine, die Optimierung ist, dass es nur auf 60 FPS gecappt ist, aber was machen die Leute mit einem 144Hz Models? So wie ich? Sollt ihr dann trotzdem auf 60 FPS spielen oder was? Ja ja, ich sehe schon hier außenrum Schlaggertzewecke, aber Da oben Da oben ist es Alter, Alter Alter, Alter Hau ab, Hau ab, Hau ab, Hau ab, Hau ab Hau ab, Hau ab, Alter ballert der richtig rein habe ich irgendwas zu essen der hat den Dragonstone und kann ich trotzdem mitnehmen nein die Riverside Lodge mit Follower Edition Arsch was ich auch Layout Armory Lobby Followers okay, Riverside Lodge habe ich das ist jetzt auch noch nicht gewusst aber ihr hört da, da rauscht Wasser hier geht es raus hier ist eine leere Kiste hier ist ein nachher hier ist halt Smithing und Scheiß und Scheiß das war noch gar nichts dann geht es hier rein hier ist ein für die Kinder wahrscheinlich aber bookets dann ist Schreit auf Carlos Grand Soul Gems bla 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 Arcanen Enchanter das ist auch noch gar nichts also schon hier ist noch ein das ist da unten in der geheime Schlafzimmer und hier geht es in die geheime Grotte des Anwesens Alter Schwäne ohne Scheiß wenn das im real life geben wird mit WLAN und allem drum und dran Alter ich meine nur hier Alter dann haben wir hier noch eine Sauna das ist auch ein sehr schönes Ding Ding oh Gott weiter geht es nach Weißlauf ja das darf ich ja jetzt nicht mehr machen hier also sehr ja bin ich hier so und ja ich meine die Lichteffekte und so das sind alles schöne Sachen daran kann ich mich in der normalen oder in der Special Edition gerne erinnern oder sowas dass ich das schon hatte aber ich würde mich ja natürlich ertäuschen Servus ja ich war dabei gut ich war dabei was wird er oben hockt ist der Spahn Hi 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 Ach du Penner Beste Watsch Stauern! Halt die Stau! Okay, dann geh ich dahin, warte eine Stunde und dann stecken sie alle da. Ah, shit, Alter! Ja, das ist mir. Probierst du, wie ich in dieser Situation bin bin. Oh Gott, damn! Wir wollen hier! Ah, ja. Ja, 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 ich schwäsche, ich schwäsche. Ja, ja. Ja, ja. Da, ja. Ja, ja. Oh- Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, was das ist. Oh ja. Das ist was es ist. Ähm. Jupp. Z to shout. Z ist es, denn es ist Y. Okay, dann... Geh ich da mal zurück und... Ich würde sagen, das war es aber. Die Folge... Das war eine sehr erfolgreiche Folge. Ja, you are causing no trouble! Was ist das für ein Pfeif? Ja, ich weiß doch nichts gemacht habe. Er... Destroyed but we killed the dragon. Turns out... Dragonborn. Danke, danke! Eggs of white one... Oh... Okay, dann... Follow me! Follow me! Ciao und Servus Leute! See you later! Juh ю...